Meine lieben Geschwister im Islam, die heutige Chutba dreht sich um eine Suche, die uns jeden Tag begleitet. Die, die Muslime, die beten und die an Allah glauben und an den jüngsten Tag glauben, jeden Tag begleitet. Und dies 17 Mal am Tag. Diese Suche ist der gewaltige Koran. Diese Suche ist die Mutter des Koran. Diese Suche ist die Mutter des Buches. Diese Suche ist, beinhaltet die sieben Beispiele. Diese Suche ist die heilende Suche, Al-Shafiyah. Diese Suche ist die Heilung, Al-Ruqiyah. Diese Suche ist Al-Kafiyah, die ausreichende. Diese Suche ist das Gebet, Al-Salah. Diese Suche ist die gewaltigste Suche im Koran, Alaa wa hiya Al-Fatihah. Dies ist keine andere Suche außer Al-Fatihah. Und diese Khutbah beinhaltet zwei Dinge. Weil die Fatihah beinhaltet zwei Dinge. Aqidah und Menhaj. Die Glaubenslehre, der Sunnati wa Jama'ah, der Muslime. Und Menhaj. Das Beispiel, der Weg. Diese Suche ist wieder auch ein Beweis für den Zauhid Allah, Subhanahu wa ta'ala. Und ist ein Beweis gegen die Shriyatin, gegen die Sekten. An erster Stelle Al-Rawafid, Al-Sha'i'ah. Das heißt, ein Beweis für die Einzigkeit Allah, für den Zauhid, für Zauhidullah. Und ein Beweis gegen die Rawafid, Al-Sha'i'ah, gegen die Schiiten. Ein Beweis gegen sie. Und wir kommen dazu natürlich. Al-Fatihah bedeutet die Eröffnende. Und diese Suche, wie ich schon gesagt habe, sie begleitet das Leben eines Muslim. 17 Mal am Tag beten die Leute, die Menschen, die Muslime, zu Allah, Subhanahu wa ta'ala, mit dieser Suche. Und diese Suche, diese Suche entscheidet, ob dein Gebet gültig ist oder nicht. Denn, wir haben gesagt, diese Suche wird auch As-Sala gemeint. Das Gebet. Weil Allah, Subhanahu wa ta'ala, erwähnt in einem Hadith Qudsi. Er sagt, Ich habe das Gebet, das Gebet, sagt er. Was meint er? Wie die Mufassilun, die Ulema sagen, Al-Fatihah. Weil nachher sagt Allah, Subhanahu wa ta'ala, Er sagt, das Gebet habe ich in zwei Teilen geteilt. Zwischen mir und meinen Dienern. Ein Teil ist für mich und ein Teil ist für meinen Dienern. As-Sala. 17 Mal am Tag rezitieren wir diese Suche, aber die wenigsten von uns, die wenigsten, denken nach über diese Suche. Die wenigsten kriegen, sozusagen, haben einen Effekt von dieser Suche. Die wenigsten tragen ein Ergebnis von dieser Suche. Die wenigsten werden gottesfurchtig durch diese Suche. Die wenigsten tragen Früchte von dieser Suche. Die wenigsten lesen diese Suche mit Herz. Die wenigsten lesen diese Suche gerecht und ordentlich und sauber. Zesuid. Die wenigsten. Und deswegen sind unsere Gebete katastrophal. Deswegen beten wir und wir wissen nicht, bin ich jetzt in der zweiten, in der dritten, in der fünften Raka. Deswegen beten wir und dann machen wir zack, 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 den hier, wie die Hühnerpicken. Deswegen beten wir alle Gebete zusammen nach der Arbeit und nicht in der Arbeit, weil wir vor dem Chef mehr Angst haben als vor Allah. Deswegen beten wir Frauen ohne richtige Hijab. Deswegen beten wir mit nicht korrekten Klamotten, Schlafklamotten, Trainingsanzug, dies, das. Deswegen beten wir und wir sind mit den Gedanken woanders, Tejara, Laden, Geld, Jobcenter, dies, das. Deswegen. Warum? Weil wir nicht überlegen, weil wir nicht stehen und überlegen über diese Suche, weil wir diese Suche nicht verinnerlichen. Nichts. Und diese Suche, wie ich gesagt habe, ist eine gewaltige Suche. Das 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 ist eine gewaltige Suche. Warum? Das ist eine gewaltige Suche. Es ist egal, was erlaubt? Es ist egal, was erlaubt? Glauben sich, was erlaubt? Es ist egal, was erlaubt? Es ist egal, was erlaubt? Alles ist das Problem. Amr Ketab und Amr Kur'an sagte er, er sagte er, und sieben, die viele, wegen den sieben, der Verzende. Und der Kur'an der Werte, sagte er, Dann sagt es, es gibt Meinungsverschied, wie gesagt, wegen Al-Besmela, wegen Bismillahirrahmanirrahim. Ist das ein Vers von der Fatiha oder nicht? Das ist nicht unser Thema. Aber wir fangen mit der Besmela an. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Bismillahirrahmanirrahim im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, im Namen Allahs, deswegen der Mensch, der Muslim, fängt alles mit Bismillah an. Und alles, was du mit Bismillah anfängst, kriegt Baraka. Natürlich eine Sache, die Halal ist. Nicht einer geht in den Disco rein und sagt Bismillah. Einer trinkt Alkohol, sagt Bismillah. Einer raucht Zigarette, sagt Bismillah. Und hier an dieser Stelle auch an die Brüder, die rauchen. Wenn das Rauchen Mekruh ist, nicht Haram, dann sag Bismillah, wenn du rauchst. Sag Bismillah. Und wenn du zu Ende bist, sag Alhamdulillah. Nein, Auzubillah, Astagfirullah, Töbe, Astagfirullah. Ja, warum rauchst du, warum sagst du es Mekruh? Weil Mekruh heißt nicht Haram. Mekruh ist verpönt. Wenn du das machst, kriegst du keine Sünde, keine Belohnung. Wenn du das nicht machst, bekommst du eine Belohnung. Ja Allah, sag Bismillah. Er sagt, nein, Töbe, Astagfirullah, mach ich nicht. Warum machst du das? Warum sagst du es Mekruh ist nicht Haram? Deswegen, Bismillah, im Namen Allah, nicht im Namen von Ali, im Namen von Hussein, ja Ali, ja Hussein. Sagen, ja Hussein, ja Ali. Und die nehmen diese Sahaba, diese ehrenwerten Menschen als Götter, nehmen Allah, subhanahu wa ta'ala. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, der Allerbarmer, der Barmherzige. Ar-Rahman, und Dunya, und Ar-Rahim, und Akhirah. So wie es in einem Asar von Isa, a.s. überliefert wird. Ar-Rahman, und Dunya, der Allerbarmer, ist diesseits. Ar-Rahman, dieser Name, der Allerbarmer, trägt die allgemeine und kosmische Barmherzigkeit Allah, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, er ist Barmherzigkeit zu allen Geschöpfen, hier auch in dieser Zeit. Wie? Auch zu den Kuffar? Auch zu den Kuffar. Auch zu den Kuffar. Er gibt ihnen Essen, Trinken, sie beleidigen ihn, sie töten, sie vergewaltigen, sie verunreinigen die Landschaften, sie verbrennen die Landschaften, sie töten. Momentan jetzt in Syrien, Scham, und dazu komme ich auch gleich, weil das ist auch unser Thema, das hat auch damit zu tun. Scham, diese Schweine, diese Hunde, diese Schayatin und Ins, was machen sie? Töten, vergewaltigen, beleidigen, sagen, Machen Kuffar, Machen Ilhad, Abtrünnigkeit, alles haben sie versammelt. Alles an Übel, alles an Kuffar, alles an Abtrünnigkeit ist bei ihnen zusammengefasst worden. Schayatin und Ins, Teufel, menschliche Teufel. Und Allah gibt ihnen Leben. Sie essen, sie trinken, sie haben Kinder. Warum? Liebt sie Allah? A'udhu Billah. Ist Allah subhanahu wa ta'ala unachtsam gegenüber diesem Schayatin? Nein. Er ist barmärzig, sogar mit den Feinden. Du, wenn du einen Feind hast, bist du barmärzig mit ihm? Ja, kella. Ja, wenn ich ihn erwische, mache ich so, wenn ich ihn sehe, mache ich so, wenn ich ihn da, 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 da. Kann sogar ein Bruder sein. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist barmärzig, selbst zu seinen Feinden, selbst zu diesen Schayatin. Von den Alawiyah, von den Nosairiyah und den Shi'a Rafida. Er ist barmärzig zu ihnen. Das heißt, Rahman und Dunya barmärzig zu den Tieren, barmärzig zu den Geschöpfen. Aber dann sagt er, وَرَحِيمُ الْأَخِرَة Und der Barmherzige am jüngsten Tag, das heißt, er hat Barmherzigkeit nur für die Gläubigen. Nur für diejenigen, die mit la ila ila muhamdulillah gestorben sind. Diese Schayatin und diese Murtaddin und diese Mujerimin, diese Verbrecher, am jüngsten Tag, wenn sie kommen, Allah subhanahu wa ta'ala wird mit ihnen abrechnen. Weil warum? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Denk nicht eine Sekunde, denke nicht eine Minute, denke nicht ein Tag, dass Allah subhanahu wa ta'ala unachtsam ist gegenüber das, was diese Mujerimin machen. 60 Jahre, 70 Jahre, 80 Jahre, was ist das im Gegensatz zu 50.000 Jahre nur am jüngsten Tag? Was ist das im Gegensatz zu die Ewigkeit in der Hölle? Nix, 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 gar nix. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala, gibt denen 60 Jahre, 70 Jahre, hier, bitteschön, ist nix. Aber am jüngsten Tag, 50.000 Jahre stehen sie erstmal und haben Angst und werden in Fesseln genommen. Und dann kommen sie in die Hölle, wa'iyadu billah, für immer und ewig. Er sagt, für einen Tag, wo die Blicke starr werden, aus Angst, aus Furcht, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nur Besmela, wie viel haben wir jetzt gemacht, 10 Minuten bestimmt, Besmela, nur Besmela. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alle Lob gebet Allah dem Herrn der Welt. Alhamdulillah. Das ist Zauhidul Uluhiyah. Zauhid, Aqidah. Glaubensbasis der Muslime. Alhamdulillah. Alle Lob gebet Allah alleine. Walhamdu wa Thana. Alhamd ist Loben. Und Alhamd wird mit der Zunge gemacht. Und Al-Shukr, es gibt viele von uns, die sagen, Allah-Shukr. Allah gebührt der Dank. Al-Shukru yakunu billisani wa bi al-A'amal. Der Dank ist mit der Zunge und mit den Taten. Alhamd nicht, Alhamd nur mit der Zunge. Und Alhamdulillah ist der Dank für Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Das Zauhidul Uluhiyah. Zauhidul Uluhiyah, das heißt, die Anbetung, gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtu al-Jinnah wal-Insa illa li'abudun, ei illa li'wahidun. Und ich habe die Menschen und die Djinn für keinen Grund erschaffen, außer dass sie mir alleine dienen. Zauhid. Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Nicht Hussein oder Ali anbeten, wie die Schia. Oder Khomeini anbeten. Wa ayyadu billah. Oder die zwölf Imame anbeten. Alhamdulillah. Der alle Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Keinen anderen, keinen Menschen. Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Zauhidul Uluhiyah. Rabbul Alamin. Ayy Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dem Herrn der Welt. Dem Herrn von Himmel und Erde. Dem Herrn der Sonne. Dem Herrn des Mondes. Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin. Aller Welten. Und die Gelehrten sagen, alles, was unter Allah subhanahu wa ta'ala ist, Alham. Kulluma kana. Dunallahi fahuwa alam. Alles, was unter Allah subhanahu wa ta'ala ist, ist Alham. Das ist ein Beweis dafür, dass Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ist im, über dem Himmel. Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Himmel. Rabbul Alamin. Das ist ein Beweis gegen die Schia, weil sie glauben auch, wie die Ahbash. Au-Bash. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ohne Ort, ohne das, ohne das, ohne das. Im Grunde genommen, Allah existiert gar nicht. Ein Beweis gegen sie. Rabbul Alamin. Allah, wo er die Dunya erschaffen hat, wo war sie? War sie in seinem Wesens oder außerhalb seines Wesens? Sie müssen sagen, außerhalb seines Wesens. Weil wenn sie sagen, innerhalb seines Wesens, sind sie Kufar geworden. Okay, außerhalb seines Wesens. Dann, zweite Frage. Als Allah die Dunya erschaffen hat, hat er sie über sich erschaffen oder unter sich erschaffen? Wenn sie sagen, über sich erschaffen, dann müssen wir die Dunya anbeten, weil sie ist Al-A'la. Aber wir sagen ja, subhanarabbi, Al-A'la. Nein, er hat sie unter sich erschaffen. Sie müssen das sagen. Rabbul Alamin. Er ist derjenige, der Einfluss hat auf das Kosmos, nicht die zwölf Imame. Schia sagen zwölf Imame, die können den Kosmos beeinflussen. Und sie kennen das Verborgene. Guck mal, das ist ihre Akide. Da kann keiner sagen, nein, Bruder Schia, das ist ihr Grundsatz. Das sind ihre Grundsätze und ihre Ursul. Al-Kafi, geht mal nur Kafi lesen. Gibt es jetzt bestimmt auf Englisch und Deutsch. Al-Kafi ist ein Buch für sie, wie bei uns Sahel Bukhari. Da steht alles drin. Wir haben ja gesagt, Al-Quran Al-Azim, Om Al-Kitab, Om Al-Quran. Für sie ist der Koran Muharraf. Für sie ist der Koran verfälscht. Sagen, es ist verfälscht. Der richtige Koran ist Mushaf und Fatima. Auzubillah. Sie glauben nicht an diesen Koran. Sie glauben nicht an diesen Koran. Deswegen töten sie uns in Shem und im Iran und im Irak und in Yemen, dem Madj. Viele wissen das nicht. Die Schiiten töten uns nicht nur in Syrien, sondern auch im Irak und auch im Iran und auch im Libanon und auch in Yemen, dem Madj. Darul Hadith. Gib mal ein, dem Madj, Schiiten, dann wisst ihr Bescheid. Sie töten uns überall. Weil sie nicht an den Islam glauben. Sie töten uns, weil wir Muslime sind, weil wir Ehlersuner sind, weil wir die Leute der Sunder sind. Deswegen töten sie uns. Sie töten uns aus Glaubensgründen, nicht aus Territorium. Ja, die wollen Territorium und so. Nein! Kalla! Sie töten uns, weil wir Muslime sind, weil wir Allah glauben. Und an den Propheten S.A.W. Glauben, weil wir dem Salaf folgen, weil wir Abu Bakr folgen, weil wir Omar folgen, weil wir Uthman folgen, weil wir Ali folgen, weil wir Aisha folgen. Deswegen töten sie uns. Und das ist bei ihren Büchern, dass wir Kuffar sind, dass unser Koran Muharraf ist, ja nicht verfälscht ist und so weiter und so fort. Alhamdulillah, Rabbil Alamein, in dem ersten Vers, gerade mal. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Zwei Namen von Asma Allahil Husna. Und der Prophet S.A.W. sagt, wahrlich Allah S.W.T. hat 99 Namen. من أحصاها دخل الجنة. وتفق عليه. Hadith. Hadith ist bei Bukhari Muslimen beliefert. Der Prophet S.A.W. sagt, Allah S.A.W. hat 99 Namen. Er sagt nicht, wer sie auswendig gelernt hat oder wer sie kennt. Er sagt, فمن أحصاها دخل الجنة. فمن أحصاها. Das heißt, wer sie bewahrt. Das heißt, er kennt sie auswendig und er hat sie verinnerlicht und er praktiziert sie. Er lernt sie auswendig. Arrahman, Arrahim, Al-Wadud, Al-Ghafur, Al-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Jabbar, Al-Salam, Al-Quddus, Al-Muhayminul, Azizul, Jabbar, Al-Muzaqabbir, Allah. Diese Namen. Er lernt sie auswendig. Dann er verinnerlicht sie. Er trägt sie in seinem Herzen. Nicht einfach so. Er trägt sie in seinem Herzen. Er liebt sie. Und er trägt sie in seinem Herzen. Dann er praktiziert sie. Er ruft Allah. Ja, Allah. Ja, Jabbar. Ja, Qahar. Ja, Salam. Ja, Quddus. Ja, Subuh. Er ruft Allahs Patsa mit diesem Namen. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maliki, Yawmiddin. Der König am jüngsten Tag. Shiazagan Ali unter anderem, dass er am jüngsten Tag entscheidet, wer im Paradies und wer in die Hölle kommt. Wa'ayyadhu Billah. Sie sagen, die zwölf Imame haben am jüngsten Tag Einfluss. Sie können entscheiden, wer im Paradies kommt, wer in die Hölle kommt. Wa'ayyadhu Billah. Kein Aachener Münchner, nichts. Kein Provinzial, nur einen Richter und das ist Allah, Subhanahu Wa Ta'ala. Und die Anwälte sind die Taten. Die Taten sprechen entweder für dich oder gegen dich. Halas. Wie Ali radiallahu anha gesagt hat, radiallahu anhu wa ar-da. Er sagte, Al-Yawmu amalu wa la chisab. Heute haben wir Taten und keine Abrechnung. Mach ruhig. Mach. Wer will, der soll gläubig werden. Und wer will, der soll ungläubig werden. Kein Hissab. Und er sagt, aber morgen sagt er sind Hissabun wa la amal. Dann gibt es Hissab. Dann gibt es Abrechnung und keine Taten. Deswegen eine Ermahnung an mich und an euch. Derjenige, der hier urteilt, Fulan, Allan, der ist Mubtadi'at, der ist Hizbi, der ist so, der ist Munafiq, der ist Kafe, der ist Murta'd, der ist so, der ist so, der ist so. Gib ich euch nur einen Satz, den ein Scheich, ein Alim, Hafizahullah wara'ah, gesagt hat. Scheich Adnan Ar'ur, Hafizahullah. Er sagt, إذا حكمت حكمت. Wenn du urteilst, dann wird mit dir geurteilt. Wenn du urteilst, Bruder ist so und so, Schwester ist so und so, dann wird mit dir geurteilt. Wallahi. Spätestens am jüngsten Tag, so wie Ali radiallahu anhu war da, Amalu wa la chisab. Taten, aber keine Abrechnung. Das war Allah. Das war Allah. Das war Allah. Und Alhamdulillah, Rabbil Al-Alamin. was Salat was Salam ala Rasulah al-Karim, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Der nächste Vers, Maliki yaw mit denen, Iyya ka na abudu wa iyya ka nasta'in. Dir alleine dienen wir. Warum sind wir auf der Erde? Eben habe ich das zu einem Jugendlichen gesagt. Sind wir hier zum Essen, zum Trinken, zum Arbeiten, Schichtarbeit, früh, spät, nachts, Conti-Schicht, Mercedes, dies, das, Urlaub, Türkei, Bosnien, Essen, Trinken, Frühstück, Arbeit, Essen, das, das, Einkaufen, Aldi, Lidl, Plus, Plus gibt es nicht mehr. Netto, Penny. Sind wir nur dafür erschaffen? Wofür sind wir erschaffen? Wofür? Wir sind dafür erschaffen, um Allahs Panas Salaam anzubeten. Wir sind dafür erschaffen, die Rechtsleitung zu folgen. Wir sind dafür erschaffen, den Koran ausländisch zu lernen und zu verteidigen. Wir sind dafür erschaffen, unseren Geschwistern zu helfen und sie zu verteidigen. Wir sind dafür erschaffen, um auf dem Wege Allahs zu kämpfen, um auf dem Wege Allahs zu sterben. Wir sind dafür erschaffen, um gute Menschen zu sein. Wir sind dafür erschaffen, um Dauer zu machen, die Leute zum Islam zu rufen. Wir sind dafür erschaffen, um gute Ehmänner zu sein, gute Ehefrauen zu sein, gute Söhne zu sein, gute Männer zu sein, Ehm, Väter zu sein, gute Mütter zu sein. Wir sind dafür erschaffen, um zu fasten, um zu beten. Wir sind dafür erschaffen, um Allahs um Vergebung zu bitten. Und alles andere ist Mittel zum Zweck. Essen, Trinken, Schule, Ausbildung, Lidl, Aldi, Plus, Netzo. Alles gut, solange es halal ist. Aber es ist nur ein Mittel zum Zweck. Ein Mittel zum Zweck. Das alles soll dir helfen, Allah anzubeten oder sogar besser anzubeten. Aber nicht, wie viele von uns heute machen. Warum betest du nicht? Ja, Bruder, Arbeit. Warum fasst du nicht? Ja, Bruder, ich habe morgen Klausur. Warum trägst du kein Hijab? Ja, mein Chef, weißt du, da, da, da. Das heißt, die haben das gewechselt. Die haben das Mittel zum Zweck gemacht und die haben das Zweck zum Mittel. Warum? Sind wir dafür erschaffen? Nein, wir sind erschaffen, um Allah zu dienen. Um ihn alleine zu dienen. Heute sehen wir das in Sham, diese Shaiyatin, sie machen Sujud zu Beshar al-Jahsh, nicht Beshar al-Jahsh, das heißt Beshar al-Jahsh, Beshar das uns hier. Sie machen Sujud zu ihm. Warum? Einfach so aus Spaß? Nein, weil sie ihn anbeten. Sie beten ihn an. Mit der Seele, mit dem Blut, wir opfern dies alles für dich. Ja, Beshar. Wem soll man das eigentlich machen? Für Allah. Sie machen das für diesen Mujrim. Warum? Weil sie beten ihn an. Ja, Ali, ja, Hussein. Was machen die? Die beten Ali an, die beten Hussein an. Die beten Shirk, sind Muschirikin. Ahbash, genauso. Sie beten Heilige an, in Anführungsstrichen, Tote an und verteidigen das sogar. Und machen Shirkul Akbar. Und Allahsbratah sagt hier, weil jemand fragt sich, warum sagt Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, und es sind seine Worte, Kalamullah, wie wir Ahl-Sunnah, Juhal-Jamaah und die Salaf, daran glauben, dass es Kalamullah ist, nicht erschaffen. Kalamullah, die Worte Allahs, die er auf seinen Propheten und seinen Dienern abgesandt hat. Kalamullah, sagst du wie, warum sagt Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Maliki, das bedeutet, Ja, Ayyuhal-Muslimun, Ja, Ayyuhal-Mu'minun, Qulu, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Maliki, Yawm al-Din, O ihr Gläubigen, O ihr Muslime, sagt, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah bringt uns bei, wie wir ihn anbeten. Er zeigt uns, wie wir ihn anbeten sollen. Und das Umul Kitab, Gebet, das heißt, das ist Gebet, aber Allah zeigt uns gleichzeitig, wie wir ihn anbeten sollen. Iyakana Abu Duhwa, Iyakana Sda'in, und ich alleine bitten um Hilfe, Ja, Allah. Schia sagen, 12 Imame sind, haben, wie gesagt, Einfluss auf Kosmos, man sagt sie anbeten, Ja, Fatima, Ja, Hussein, Ja, Ali, Ja, so, so, so. Dort, wenn sie kämpfen, sie sagen, Ja, Ali, danach schießen sie erst. Ja, Hussein, Brab, Ja, Ali, Brab. Guck mal, sogar im Kampf. Die beten, diese Leute, diese Sahaba, diese rechtschaffenden, besten Menschen, sie beten sie neben Allah an, so wie die Christen Jesus anbeten. So wie die Christen Jesus anbeten, haben sie auch. Wir haben gesagt, die Christen haben Jesus, wir haben Ali. Die Christen haben Geburtstag von Jesus, das heißt, sie feiern Weihnachten, die Geburt von Jesus. Wir haben auch Geburtstag von Mohammed, und von wem ist das, dieser Geburtstag? Von den Schia-Rafide, von den Obeidiyin. Die gab es damals in Marokko und Tunesien und Algerien. Schia waren das, die dieses Fest erneuert haben. Und die Muslime, Ahl-Sunnah, die feiern das. Obwohl die Schia damals, weil das heute nichts Neues ist. Viele sagen, Scham, warum passiert das in Irak? Das ist nichts Neues. Das war immer in der Geschichte so. Al-Qaramita damals, die haben auch die Muslime abgeschlachtet. Sie haben sogar Hajar al-Aswa, den schwarzen Stein geklaut, für sieben Jahre. Bis der Kalif, der damaligen Kalif gesagt hat, bitte bringt den Hajar zurück und so weiter. Sie haben in Mekka, in Mekka, nicht in Shem, in Damaskus oder Halab oder Hims. In Mekka haben sie Hajarj abgeschlachtet. In Mekka, in Fahne-Kaber. So, welche Leute, wie können die, was meinst du, was sie da mit anderen machen? In anderen Orten, mit anderen Menschen. In Mekka, in Mekka, vor der Kaber haben sie die abgeschlachtet. Und dann haben Hajar al-Aswa gestohlen. Sieben Jahre. Dann in Marokko und Tunesien, in Algerien. Was haben sie da gemacht? Sie haben die Leute getötet, abgeschlachtet, alles. Damals Al-Muatta von Imam Malik, ein Sunderbuch, ganz bekannt. Imam Malik, Rahim Allah ist bekannt. Er hat auch ein Sunderbuch, wo er Hadith zusammengefasst, also gesammelt hat. Damals im Marokko und Tunesien, in Algerien, ich kann davon, gut reden, weil ich bin selber aus dieser Gegend. Damals haben sie, wenn sie einen gefunden haben, mit Musnad, mit Al-Muatta von Imam Malik, haben sie ihn getötet. Und genauso heute. In Iran, Irak, jetzt vorher, in Shem, Syrien, wenn sie einen gefunden haben, mit Ibn Taymiyya, Buch von Ibn Taymiyya, Chalas, war vorbei mit ihm. Ein Buch von einem Gelehrten, von Ahl al-Sunder? Nein, darfst du nicht. Wa'ayyadu billah. Das heißt, das ist immer so gewesen mit ihnen. Wer hat die Kreuzritter nach Shem gebracht? Damals. Sie. Nusairiyya sogar. Wer hat damals in Ägypten die Leute abgeschlachtet, Fatimiyya, die waren erst mal in Marokko, also in der Gegend von Marokko, Nordafrika, die hießen damals Al-Ubaidiyya, Al-Ubaidiyyyun. Und danach, wo sie dort vertrieben, dann kamen sie nach Messer, nach Ägypten, dann hießen sie Al-Fatimiyyyun. Al-Fatimiyyyun. Die Fatimiyyyun. Und danach hat Salah ad-Din al-Ayubi, rahmahullah, rahmatan wasi, dieser Mujahid, dieser Imam von den A-Immah, der ist Jihad, er hat sie dann sozusagen liquidiert, Alhamdulillah. Er hat sie weg, also vertrieben. Und das war immer so. Immer, wenn sie irgendwo die Macht hatten, dann haben sie, so wie Allah im Zauber gesagt hat, die lassen weder, die haben weder Angst, noch Barmütigkeit, noch Hemmungen gegenüber den Gläubigen. Sie töten und schlachten ab, das ist für sie kein Problem. Warum? Weil sie sagen, wir sind Gefahr von Grund an. Wir sind für sie Gefahr von Grund an. Weil sie nennen uns wie Nawasib. Nawasib. Also diejenigen, die Feindschaft erklärt haben zu Ehlulbayt. Nawasib, sagen sie zu uns. Und ein Schia-Gelehrter, ich kann mich nicht mehr an seinen Namen erinnern, ein iranischer Schia-Gelehrter, er wurde gefragt, er hat gesagt, sind alle Ehlul-Sunnah Nawasib? Er hat gesagt, ja, er wurde gefragt, wer sind die Nawasib? Die Ehlul-Sunnah, er sagt, ja, alle Ehlul-Sunnah sind Nawasib. Das heißt, sie sind Kuffar. Man darf sie töten, ihr Blut, ihr Geld, Vermögen, ihre Scham ist halal für sie. Deswegen braucht ihr euch nicht zu wundern. Und an dieser Stelle bitten wir Allah, dass er unseren Brüdern dort hilft, dass er ihnen den Sieg gibt gegenüber diesen Schia-Gelehrter, diesen menschlichen Teufeln. Iyakin' abuduwa, iyakin' ist ta'in. Und jetzt der letzte Teil und damit schließe ich ab. Ehdinas Sarat al-Mustaqim. Das war alles Aqidah. Tauhid al-Uluhiyya, Tauhid al-Rububiyya, Rabbil Alamin ist Tauhid al-Rububiyya. Ar-Rahman al-Rahim, Tauhid al-Asma iwas-Sifat. Und dann kommt Menhaj. Iyakin' abudu ehdinas Sarat al-Mustaqim. Leite uns den geraden Weg. Guck mal, 17 Mal am Tag sagst du Ja Allah, leite uns den geraden Weg. 17 Mal am Tag. Das zeigt viele Sachen. Unter anderem Al-Tabat für Dinn. Du brauchst Festigung. Denke niemals, nur weil du ein Bad trägst. Denke niemals, nur weil du eine kurze Hose trägst. Nur weil du islamische Kleidung trägst. Nur weil du ein paar arabische Wörter jetzt kannst. Ahi, Jazakallahou khairan, Assalamu alaikum, Barakallahu fiq. Nur weil du jetzt ein Stück Stoff trägst. Niqab, Himar, Hijab. Denke niemals, dass du rechtgeleitet bist. Niemals. Du musst immer wieder Allahs-Berat darum bitten, dich zu festigen. Wie oft? 17 Mal am Tag. Ehdina's-Sirat al-Mustaqim. Und du bist in einer Rechtsleitung. Du bist in einer Huda. Weil Assalaah Huda Min Hidayetillah Ibadah Min Al-Ibadat Wie kommt es, dass du sagst, leiht uns den geraden Weg? Was bedeutet das? Ehdina's-Sirat al-Mustaqim. Ey, Ya Rabbi. Ja Allah. Ehdina's-Sirat al-Mustaqim. Hatan al-Qaq. Oh Allah. Leht uns den geraden Weg, bis wir dir begegnen. Was bedeutet ehdina's-Sirat al-Mustaqim. Und dann die große Frage. Welcher Weg? Der Weg der Schi'a al-Rawafid? Der Weg der Ahbash? Der Weg der Sophia? Der Weg der Ahsha'irah? Der Weg der Khawarij? Der Weg der Wehsha Weg? Sirat al-Mustaqim. Ehdina's-Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Ladhyena an'amta'alihim. Das menheg. Das ist die Mythologie. Kur'an und Sunnah mit dem Fashtetnis von Aboubaker, Umar, Uthman, Ali, Aishah, Hafsah, Abouhreira, Abdullah bin S'ud, Abdullah bin Abbas. Mit der Fashtetnis? Und da mit dem Fashtetnis, Sirat al-Mustaqim, Muqatil, Hassan al-Basri, Sufyan al-Fawri, Sufyan ibn Uyayna. Darach mit dem Fashtetnis sei immer. Malik, Ahmed, Shafi'i, Abu Hanifa. Und danach die Gelehrten, Ibn Taymi, Abu al-Qayyim, Muhammad, Abu al-Wahhab, Rahimahumullah ta'ala. Das heißt, ich will den Kur'an und die Sunnah so praktizieren, wie diese Leute das praktiziert haben. Und an erster Stelle As-Sahaba, Yakin, Hedena, Sirat al-Ladina, An'amta al-Alihim. Leit uns den Kur'an, Weg den Weg derer, denen du Gunst erwiesen hast. An erster Stelle die Propheten natürlich und danach direkt Abu Bakr, Uthman, Ali, Humar. Die Shia'a sagen, die Sahaba sind Kuffar, bis auf fünf. Guck mal, ein Beweis gegen sie. Sagen, die Sahaba sind Kuffar, bis auf fünf. Oder sechs. Oder sieben. Je nachdem, wie die Rauayat, diese Lügengeschichten bei ihnen, wie sie das wiedergeben. Sagen, die sind Kuffar, alle, bis auf fünf, sechs, sieben. Salma al-Farisi, Bilal, Habashi, Abu Dhar und einige andere. Aber der Kur'an sagt, An'amta al-Alihim, Alladina an'amta al-Alihim. Der Kur'an sagt, Sahaba, den Weg von Sahaba. Aber sie sagen, nein, diesen Kuffar, wir folgen ihnen nicht. Deswegen ist die Sunnah für sie nicht gültig. Deswegen ist der Kur'an für sie nicht gültig. Weil, atta'nu fil-Nakala, ta'anun fil-Malkul, wie die Gelehrten sagen. Das Attackieren desjenigen, der überliefert hat, ist eine direkte Attacke auf das Überlieferte. Weil Abu Bakr und Uthman und Ali, okay, Ali jetzt in diesem Fall nicht, aber Abu Huraira, Aisha, was haben sie überliefert? Tausend und eine Nachtmärschen. Sie haben den Kur'an überliefert. Kur'an, Kur'an und Sunnah haben sie überliefert. Und wenn du sie attackierst, dann attackierst du den Kur'an und dann attackierst du die Sunnah. Deswegen, ihr gerader Weg, ja Allah, lasst uns den Weg von Abu Bakr gehen und den Weg von Umar und Uthman und Ali und Hafsa und diejenigen, die ihnen auf beste Art und Weise gefolgt sind. Ha'adha wa Allahu'alam und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern in Scham und Iran und Yemen und überall beistehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala eine Armee von sich herablassen, die mit ihnen Seite an Seite kämpfen. Amin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie unterstützen mit Mikail und Jibril und Israfil und den allen Engeln. Amin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen helfen, ihnen beistehen und uns vergeben unsere Nachlässigkeit und unsere Unachtsamkeit und unsere Unfähigkeit ihnen zu helfen. Möge Allah uns vergeben. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, warum wir so nachlässig sind, warum wir ihnen nicht helfen. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, warum wir ihnen nicht helfen. Kleine Kinder werden getötet, abgeschlachtet, Frauen werden vergewaltigt, alte Männer, alles, sie können keine Ausnahme, Tiere, sie sind Feinde der Geschöpfe, nicht nur Feinde der Muslime, Feinde der Geschöpfe, Kirchen, Moscheen, alles mit Krankenhäuser, alles. Möge Allah und Vergebung bitten für unsere Nachlässigkeit, für unsere Schwäche, für unsere Erniedrigung, warum wir ihnen nicht beistehen. Wenigstens mit einer Dua, wenigstens mit einem Euro, wenigstens mit einer Kelima, wenigstens mit einer Sache, einer Sachspende, einen Schuh, eine Hose, eine Jacke, wenigstens mit einer Träne, wenigstens mit einem Schmerz, einen Schmerz am Tag, einen Schmerz in der Woche, einen Schmerz im Monat für diese Leute. Deswegen, weil sie sind die Ersten, aber nicht die Letzten. Und merkt euch an diese Worte, so wie wir sie im Stich lassen, werden andere uns im Stich lassen. Wallahi. So wie wir sie im Stich lassen, so wie wir sagen, nee, ist nicht mein Problem, achi, ja, Muslime kämpfen gegen Muslime, a'udhu billah. Muslime kämpfen gegen Muslime? Da kämpfen Muslime gegen Kuffar, da kämpfen Muslime gegen Schayatin, da kämpfen Muslime gegen Schia, Raafida und Nusayriah. Sie kämpfen dort gegen Iran, gegen Libanon, Scheißbusschaytan, gegen Irak, gegen Jemen, Houthiien, von überall kommen sie dort hin, jetzt die Schia. Von Irak, Libanon, Jemen, Pakistan, Afghanistan, Türkei, überall kommen sie dorthin, um die Leute der Sunder zu töten. Und wir sind am Sitzen. Und wir sind da am Sagen, interessiert uns nicht. Hatho allahu alam, deswegen möge Allah, subhanahu wa ta'ala uns vergeben, möge Allah ihnen den Sieg schenken und uns vergeben. Und möge Allah, subhanahu wa ta'ala uns Gutes geben in dunya al-akhirah. Allahumma, atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة.